Ich glaube nicht, dass in allen Umständen jemand, der diese Frage stellt, irgendwie eine objektive Antwort erwartet. Wenn dich deine Frau fragt, sag mal, habe ich eigentlich zugenommen und sie hat sichtbar zugenommen, was antwortest du ihr dann? Na, da muss man immer den Kontext sehen. Die Frage ist erstens, warum stellt sie sich diese Frage, wie viel hat sie wirklich zugenommen, worum geht es ihr? Wenn zum Beispiel meine Frau, was weiß ich, Profischwimmerin ist, da wird man ihr eventuell eine ehrliche Antwort geben und sagen, naja, damit schwimmst du vielleicht etwas langsamer. Aber wenn zum Beispiel meine Frau irgendwie immer so ein bisschen schwankt im Gewicht und so weiter, dann muss man darauf ganz anders antworten. Das heißt, ich glaube nicht, dass in allen Umständen jemand, der diese Frage stellt, irgendwie eine objektive Antwort erwartet. Warum freuen sich Frauen eigentlich mehr über den Satz, ich glaube, du hast abgenommen, als über den Satz, ich liebe dich? Ich glaube, ich liebe dich sollte ja immer sein, die tragende Grundlage einer gelingenden Paarbeziehung. So, diese anderen Fragen, wie habe ich zugenommen, wie ist meine neue Frisur, wie steht es mit der Kleidung und so weiter, sind eigentlich ein Test darauf, wie man gerade zueinander steht. Deswegen sind diese Fragen so wichtig. Aber wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, dann heißt das, es gibt Fragen, auf die eigentlich der, der diese Frage stellt, gar keine wahre Antwort erwartet. Ist das richtig? Ja, auf jeden Fall, dauernd. Ich glaube nicht, dass wir immer auf alle Fragen wahre Antworten erwarten. Wir sind nicht einfach nur Wahrheitsmaschinen. Das heißt, unsere Kommunikation basiert gar nicht auf der Wahrheit? Je nachdem, worüber wir hier reden. Also bei der Sprache ist es ja so, dass wir einerseits Dinge sagen, die wahr oder falsch sein sollen, andererseits sagen wir aber auch Dinge mit bestimmten Absichten und dann geht es gar nicht so sehr ums Wahr- oder Falschspiel. Also das hängt immer vom Kontext ab. Das heißt, unsere Kommunikation basiert gar nicht auf.